Frau Schäfer, meine Wünsche, dass ihr auf diesem Weg gesehen habt, wir haben hier Internet gesetzt. Auf dieser Seite, wir haben jetzt den Online-Shop, wir haben uns lieben Leute auf ihrem Internet. Wir werden den Punkt jetzt für euch. Und hat sie ab 1. September wieder vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020